Der Sport aus meiner Sicht ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Gesellschaft, Inklusion zu leben. Ich glaube, mit dem Sport kann man so viel erreichen und das müssen wir einfach nutzen. Das ist etwas Besonderes, wenn man diesen Athletinnen und Athleten zuschaut, welche Freude da aus den Augen hervorleuchtet, wenn man sieht, wie die mit vollem Einsatz, wirklich mit Elan dabei sind und welchen Willen sie haben. Ich glaube, da können wir auch für die Zukunft vieles mitnehmen. Das war ganz wichtig und wenn wir so vor Ort sind und tagtäglich einfach hier beitragen und heruntergehen können, dann ist es ganz wichtig. Und die Kinder sind wirklich mit Glück und Seele dabei. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.